Ich kann mein Leben in einen Satz zusammenfassen. Ich bin und bleibe eine hoffnungslose Null, aber Christus lebt in der Null. Und Christus in mir ist meine einzige Hoffnung auf Herrlichkeit. Und ihm vertraue ich. Alle Zeit. Für alles. Und er hat mich noch nie im Stich gelassen. Shalom. Shalom, Shalom. Ich bin zwar im Herzen eine echte Afrikanerin geworden. Sie nennen mich in Afrika bereits die schwarze Mutter mit der weißen Haut. Ich wurde vor dem letzten Weltkrieg geboren und meine Eltern haben geheiratet, weil ich auf dem Weg war. Und es war eine große Enttäuschung für meinen Vater, dass ich nur ein Mädchen war. Die Ehe wurde nie glücklich. Sie war sehr treu, sehr für die Kinder da, aber sie waren nicht glücklich in dem Sinn, wie ich mir eine glückliche Ehe vorstelle. Und da habe ich schon sehr früh ein großes Problem bekommen mit meiner Identität. Wäre ich nicht da, wären die wahrscheinlich glücklicher. Und wäre ich ein Junge, wären sie noch glücklicher. Ja, und dann hat meine Mutter ihre Mutter verloren, wie sie sieben Jahre alt war. Und da waren schon drei kleinere Geschwister. Und meine Mutter wurde über Nacht mit sieben Jahren Mutter für drei kleinere Kinder. Das Gleiche hat sie mit mir gemacht. Ihre Kindheit hat mit sieben Jahren aufgehört. Und so wurde ich mit sieben Jahren bereits verantwortlich für meine, ich hatte damals zwei kleinere Geschwister. Wenn die schlimm waren, habe ich Hohrefein bekommen. Jetzt habe ich mich natürlich schon sehr früh angestrengt, dass die nicht schlimm waren. Ja. Also meine Kindheit hat praktisch mit sieben Jahren aufgehört und ich wurde zu Erwachsenen. Als dann mit sieben Jahren, also gleich mal danach, die Erstkommunion. Ich bin ja sehr religiös aufgewachsen. In Tirol hat man praktisch nur eine Chance gehabt, einer Religion, einer sehr römischen, römisch-katholisch. Aber Gott sei Dank war der Priester, der uns vorbereitet hat für die Erstkommunion. Ein gläubiger Mann. Er war sehr krank. Er hat solche Beine gehabt. Er konnte kaum gehen. Aber er hat uns vorbereitet, dass Jesus Christus mit der Erstkommunion, wenn wir ihn einladen, in unser Leben kommt und in uns leben wird. Und ich habe gedacht, das ist meine Hoffnung für mein Leben. Wenn Jesus in mir lebt, dann will ich ihn hundertprozentig annehmen. Und ich habe ich auch. Also das war für mich das geistige Erlebnis meines Lebens. Mit sieben Jahren kam Jesus in mein Leben. Ich wollte keine Verwandten sehen, wollte nichts essen. Ich wollte nur mit Jesus sein. Und von da an bin ich jeden Tag in eine natürlich römisch-katholische Kirche gegangen, ganz vorne hin zum Damernakel und habe mit Jesus geredet. Und er hat mit mir gesprochen. Und da waren zwei Ereignisse in meinem Leben durch meine Mutter, die nicht religiös war, aber sehr gläubig. Wir lebten in einem Apartmenthaus, also ein großes Wohnhaus mit vielen Parteien. Und im Keller hatten wir einen Luftschutzkeller. Und ich kann mich noch so erinnern an diese Situation, als wäre sie gestern geschehen. Plötzlich Sirenen, aber ganz energisch, die Sirenen, das heißt Alarm, geht in den Luftschutzkeller. Meine Mutter war beim Bügeln, mein kleiner Bruder war beim Schlafen. Ich sage, Mama, gehen wir in den Luftschutzkeller? Sagt sie, wir gehen erst, Maria, wenn wir die Bomben selbst fallen hören. Und in dem Augenblick zerschmettern alle Fenster, die Bomben sind gefallen. Meine Mutter zieht noch das Bügeleisen und den Stecker aus der Wand, nimmt meinen kleinen Bruder und mich und wir laufen in den Keller. Und da draußen am Haus, ein Zeichen war, dass hier ein Luftschutzkeller ist, kam. Es war ein totaler Blitzangriff. Und es sind viele Leute von der Straße hereingelaufen, in den Keller mit uns hinunter. Und in der Ecke dieses Kellers, der war vielleicht dreieinhalb, viermal vier Meter, nicht größer. Vorne war so ein dickes, also bestimmt 35, 40 Zentimeter dickes Eisenfenster, das noch ins Freie ging. Aber in der Ecke hinten war eine Stellage. Und auf der Stellage waren Madonnen und Kreuze und Jesusfiguren. Also alles, was halt für diese religiösen Menschen wichtig war. Und meine Mutter ging mit meinem Bruder in diese Ecke und mit mir. Und so habe ich meine Mutter noch nie erlebt. Sie war eine bescheidene, ruhige Frau. Plötzlich sagt sie mit ganz einer energischen Stimme. Hört auf zu schreien. Lasst uns beten. Und alle bewegen sich in diese Ecke mit meiner Mutter. Und sie betet laut mit ihnen das Vaterunser. Und wie es zum Armen kam, ist eine Bombe direkt vor diesem Keller eingeschlagen und dieses Eisenfenster, dicke Eisenfenster. Ich sehe es jetzt noch im Zeitlupentempo hereingefallen. Und kein Mensch wurde davon berührt, weil sie alle mit meiner Mutter in dieser Ecke waren. Das war für mich das erste Wunder. Ich wusste, Gott hört Gebete. Und es war Mäuschenstil. Alle wussten, wir erlebten ein Wunder. Gott hat unser Gebet erhört. Wir sind dann hinaufgegangen, also meine größte Sorge war wohl meine Puppe, die sie überlebt hat. Wir sind hinaufgegangen und keiner musste uns erklären. Das ist ein erhöhtes Gebet. Kurz danach hatte mein Bruder einen Blinddarmdurchbruch bekommen. Mein Bruder war natürlich die Crème de la Crème, der erwartete Sohn. Und der kriegt jetzt einen Blinddarmdurchbruch. Ich war dann schon acht Jahre, er war fünf Jahre, drei Jahre jünger. Und meine Eltern weinten im Wohnzimmer. Und für mich war es auch ein ganz großer Schmerz, mein Brüderchen zu verlieren, das ich sehr geliebt habe. Und dann bin ich in mein Zimmer auf die Knie und habe nur gesagt, Herr Jesus, heile den Kurti. Er heißt Kurt. Und ich war sofort in einem Lichtkegel. Licht kam von oben und rund um mich herum war Licht. Und ich wusste, Gott hat das Gebet beantwortet. Und ich lief in die Küche und habe gesagt, bitte, bitte nicht weinen. Kurti überlebt. Der Herr Jesus heilt ihn. Mein Bruder hat letzte Woche seinen 81. Geburtstag gefeiert. Er lebt. Er wurde Arzt und wurde viel Menschen schon zum Segen. Und so habe ich schon sehr früh erlebt, dass Gott real ist, dass Gott allgegenwärtig ist, allmächtig, allwissend. Und dann kam eine weitere, ich glaube, das war eine der liebendsten Offenbarungen, die Gott mir gegeben hat. Mit circa zehn Jahren habe ich begriffen, Gott hat einen Traum für jeden Menschen, den er auf die Erde schickt. Denn auch irdische Eltern haben Träume für ihre Kinder. Aber Gott muss noch den Größeren haben. Und dann habe ich nur gebetet, gesagt, Papa, bitte, 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 lass mich nie sterben, bevor ich den Traum lebe auf Erden, den du für mich in deinem Herzen hast. Ich hatte ja auch ein sehr minderes, ein sehr geringes Wertempfinden. Und habe mich wahnsinnig angestrengt. Ich wusste, ich liebe Jesus. Ich habe ihn aufgenommen. Aber dass er mich lieben kann, das war für mich ein großes Fragezeichen. Da muss ich mich sehr, sehr anstrengen, dass er mich lieben kann. Und dann habe ich mich sehr, sehr angestrengt. Ich wollte am Morgen oft gar nicht aufstehen, weil ich wusste, in einer Stunde habe ich wahrscheinlich schon wieder den falschen Gedanken oder die falsche Reaktion. Also für mich war Leben sehr anstrengend. Und dann habe ich nur zu Gott geschrien eines Tages, Herr, ich streng mich ja so an. Und die Antwort war, ja, Maria, du bist sehr anstrengend. Das war der letzte Todesstoß in meine selbst gebastelte Erlösung. Und da möchte ich ein paar Schriftstellen vorlesen aus der Bibel, die mir so klar geworden sind wie noch nie. Und zwar heißt es im ersten Korinther 2, 9, Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet, die ihn lieben, nicht die sich anstrengen. Nachdem ich mit zehn Jahren gebetet habe, dass ich ja nie sterben darf, bevor Gott mir erlaubt, den Traum, den er in seinem Herzen hat, auf Erden zu leben, kam ich auf die Universität des Heiligen Geistes. Und da sind jetzt ganz viele, die zuhören. Gott hat eine hohe Bestimmung für dich. Und je höher die Bestimmung, umso länger der Prozess deines Charakters, der dazu passen muss zu deiner Berufung. Genauso wie in der Welt. Die verschiedenen Berufe brauchen verschiedene Ausbildungen. Und genauso ist es im Reich Gottes. Je größer die Berufung, umso länger und umso tiefer ist dein Charaktertraining. Schauen wir uns das Leben von Mosi an, das Leben von Josef. Alle Männer und Frauen, die ganz große Berufungen hatten, gingen durch eine sehr starke Charakterschulung. Und da geht man durch Prozesse, die man seinem Todfeind nicht wünscht. Aber die Ergebnisse möchte man nie missen. Und da bin ich dann ab zehn Jahren eben in die Universität des Heiligen Geistes gekommen. Ganz viele Prüfungen, ganz viele Prüfungen. Sogar, dass meine Eltern gesagt haben, dienst du wirklich einem liebenden Gott? Da habe ich gesagt, Gott weiß, was ich brauche. Und er lässt nur zu, was mir nützlich ist. Die Prozesse wünschte ich meinem Todfeind nicht. Aber die Ergebnisse möchte ich nie missen. Da war ich 50 Jahre auf der Universität des Heiligen Geistes. Gott hat mich auch da verwendet. Aber da waren die zwei Geschwindigkeitsstufen langsam und sehr langsam. Da ging mir alles so langsam. Ich hatte Eltern, die ihre Kinder sehr liebten, Erfolg sehen wollten. Aber ich musste einige Male meine Eltern sehr enttäuschen, weil Gott einen anderen Weg für mich hatte. Und ich habe meinen Eltern sogar geschrieben, ich liebe euch. Ich weiß, ihr wollt das Beste für mich. Aber Gott hat einen noch besseren Plan. Und den muss ich gehen. Und der tut euch weh, weil es nicht nach den Erfolgsprinzipien dieser Welt geht. Meine Mama hat mich erzogen. Geben, Maria, ist erst, wenn es weh tut. Du musst im Leben lernen, zu geben, bis es weh tut. Mein Vater hat das sehr gestört. Er hat gesagt, ich werde dir nie ein Erbe geben. Du verschenkst ja nur alles. Ich habe wirklich alles verschenkt. Ich habe zweimal mein Auto verschenkt, weil Gott zu mir gesprochen hat, diese Missionare brauchen das Auto. Ich bin wieder zurück zu meinem Fahrrad. Meine Familie hat geglaubt, ich spinne. Ich habe auch mit 19 Jahren gebetet, da war ich bei einer Hochzeit und habe nicht gewusst, ob das gut geht. Ich habe schon ein Gefühl gehabt, ob die zwei zusammenpassen. Dann habe ich gebetet, Herr, lass mich nie heiraten, um verheiratet zu sein. Ich will mit dir leben, bis du den Mann schickst, den du für mich aus der Welt hast. Und ich bin bereit zu warten, bis ich 50 bin. Mit 30 habe ich das schon schwer bereut. Da wollten mich sieben heiraten. Immer habe ich gefragt, Herr, ist das deine Entscheidung im Himmel? Ich sage dann, nein, Maria. Darunter waren zwei sehr reiche. Meine Eltern haben geglaubt, ich habe den Verstand verloren, dass ich da nicht zugeschlagen habe. Aber ich konnte nicht. Gott gab mir keine Erlaubnis. Als dann mein Herbert kam, ich war 47, da kam die Erlaubnis von Gott. Und das war die Wahl Gottes. Mein Mann wurde dann nach sechs Jahren Ehe in die Ewigkeit abgerufen, was eines der schlimmsten Prüfungen war in meinem Leben. Denn ich wusste jetzt, was es heißt, gemeinsam mit einem Mann zu leben, mit dem du eins bist in Jesus Christus. Denn eine Ehe ist zwischen Mann und Frau und Gott. Und das hatten wir. Das war Himmel auf Erden. Und dann wird er abgerufen. Wir haben mit dem Krebs schon geheiratet, mit dem er dann abgeholt wurde. Aber er war bereit. Er hat gesagt, Maria, Gott ist mit mir fertig. Er war 15 Jahre älter als ich. Aber mit dir hat er noch Großes vor. Pfeifen hätte ich können auf das Große, was Gott vorhat. Ich wollte nur sterben. Und er sagte immer zu mir, Maria, Gott hat große Pläne. Du schaust auf Jesus, der gibt dir starke Männer und Frauen. Und du machst weiter. Ein Jahr nach dem Tod musste ich mich entscheiden, jeden Tag für das Leben und für den Segen. Ich wäre lieber gestorben. Mit 60 haben gutmeinende Christen gesagt, Maria, es ist Zeit, abzudanken. Mach anderen Platz. Und ich hatte keine Ahnung, dass ich jemanden am Platz wegnehme. Dann habe ich gesagt, okay, wenn das dran ist, ich bin bereit zu allem, was Gott will. Und dann wurde ich eingeladen zu einer großen Evangelisationskonferenz, Erweckungskonferenz in Amerika. Und dort haben die so laut gesungen, dass ich laut in diese Menge hineingerufen habe. Und keiner hat es gehört. Lord, shall I retire? Herr, soll ich in Pension gehen? Kam gleich laut zurück die Antwort. No, Maria, refire. Nein, Maria, krieg neues Feuer. Und ich wusste, jetzt fängt etwas Neues an. Und hatte aber keine Ahnung was. Und dann habe ich gesagt, Herr, jetzt musst du ganz klar sprechen. Ich hatte bereits einen sehr gesegneten Dienst in Österreich. War auch schon weltweit unterwegs. War schon in Argentinien, in der Mongolei, in Israel, in Russland, in Amerika. Aber jetzt fängt etwas Neues an. Und dann hat Gott alles auf Afrika gezeigt. Er hat gesagt, Herr, bitte nicht. Ich schäme mich so mit der Farbe. Diese Farbe hat nur Schmerz verursacht. Bitte kannst du mich auf den Notball schicken. Nach China, aber nicht nach Afrika. Und dann hat er gesagt, Maria, ich schicke dich als Segen. Und das hat gut geklungen. Ich bin sehr naiv. Ich hinterfrage nichts. Ich gehorche Gott. Wenn er spricht, sage ich ja. Gehe ich zu meiner Familie und sage, Gott schick mich nach Afrika. Ich sage sie, hast du einen Vogel? Spinnst du hochgradig, jetzt mit 60 Jahren nach Afrika, wo die Krankheiten anfangen? Ich habe nicht gewusst, noch nie gedacht, dass mit 60 die Krankheiten anfangen. Ich habe gesagt, wohin gehst du denn? Ich sage, ja, nach Afrika. Ja, was machst du denn dort? Ich habe gesagt, weiß ich nicht. Gott hat gesagt, ich soll als Segen gehen. Ich habe gesagt, wie schaut denn der aus? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Ja, hast du Geld? Nein. Hast du Beziehungen? Nein. Und dann haben sie schon angefangen zu munkeln. Die müssen wir einsperren. Die hatten Verstand verloren. Mit 60 nach Afrika. Ohne Geld, ohne Vision, ohne Beziehungen. Dann habe ich gesagt, der liebe Gott wird mich Schritt für Schritt führen. Dann haben sie unter sich beschlossen, dass sie mich in eine Irrenanstalt stecken. Weil ich den Verstand verloren habe. Natürlich, logisch erklärbar war das nicht. Logisch habe ich den Verstand verloren. Aber ich lebe nicht aufgrund meiner Logik, sondern aufgrund meines Glaubens der Stadt drunten. Und ich habe gesagt, ich muss nach Afrika. Und wenn ich zu Fuß hingehen muss, der Ruf ist so stark. Dann haben sie gesagt, aber du wirst die größte Pleite erleben. Ich habe gesagt, ihr Lieben, Gott wird mich so segnen, dass ihr mit dem Schauen nicht nachkommt. Dann haben sie mich ziehen lassen. Und dann habe ich nur gebetet, dass Gott mir die Schritte zeigt. Und alles hat dann auf Afrika gedeutet. Und ich wurde eingeladen in Uganda von der katholisch-charismatischen Erneuerung. Und zwar kam da zuerst der Leiter zu uns ins Werk nach Österreich, der einen Burnout hatte. Und der hat dann gesagt, Maria, du musst nach Afrika kommen und meine ganzen Nonnen und Priester zu Jesus bringen. Und die haben mich dann eingeladen. Und da bin ich hinuntergeflogen. Der hat mich abgeholt am Flughafen, so um Mitternacht und so drei. In der Früh sind wir dann angekommen, ist im Zentrum in Katikamu. Und da haben mich eine Menge, ich weiß nicht mehr wie viele, aber bestimmt 40 junge Leute, Afrikaner erwartet. Es war kein Strom an dem Tag, nur schwaches Mondlicht. Und ich sah nur Zähne und Augen. Das war für mich so ein erschreckender Anblick. Ich habe nicht mehr Menschen gesehen. Ich habe gezittert. Die haben sich sehr gefreut über mein Kommen. Ich bin aufs Zimmer und habe gesagt, mit dieser Einstellung habe ich hier nichts verloren. Und dann sah ich die restliche Nacht, das war ja schon dreieinhalb, vier in der Früh, ein riesiges Betongebäude ohne Fenster, ohne Türen, ohne Kamin, also ein riesiger Betonblock. Und dann wusste ich, das ist für mich Afrika. Ein geschlossenes Kapitel. Da habe ich gesagt, Herr, wenn du mir nicht die Liebe gibst, die du für diese Menschen hast, fliege ich morgen wieder zurück. Und wie die ersten Sonnenstrahlen kamen, ist dieses ganze Gebäude explodiert. War nur noch eine Staubwolke. Und ich wusste, es war gesehen. Ich hatte keine emotionalen Eindrücke, gar nichts. Aber ich wusste, etwas ist in meinem Geist passiert. Und ich ging hinaus und ich sah diese Afrikaner bei Sonnenschein. Und ich wäre bereit gewesen, für sie zu sterben. Gott hat mir seine Liebe gegeben. Und wenn seine Liebe uns treibt, dann kann nichts mehr widerstehen. Ich habe schon öfters auch bei Moslems in Afrika, wo wir auch viel bauen in muslimischen Gebieten, sage ich dann immer wieder, selbst wenn ihr mich einmal frühzeitig in meine ewige Herrlichkeit abberufen würdet, vertraue ich, dass meine letzten Worte Quagalano sind, das heißt, ich liebe euch sehr. Hat alles Eis gebrochen. Gott hat mir eine Liebe gegeben für Afrika, die er hat. Und die ist unschlappbar. Er liebt Afrika. Die letzten werden die ersten sein. Und Afrika hat den Ruf, dem Rest der Welt zu zeigen, wie man als Reich Gottes Bürger lebt. Sie sind extrem anhänglich. Sie wollen dich immer berühren. Sie leben da unten. Und sie sind Kinder Gottes. Der Afrikaner ist sehr kindlich, nicht kindisch, kindlich. Ich darf Tausenden von total armen Kindern, entweder Waisenkinder oder aus ganz armen Familien, darf ich eine Zukunft schenken. Mit der Hilfe von Tausenden von Paten aus Europa. Wir haben bis jetzt über 18.000 Kinder in die Schule geschickt. Viele davon sind schon Ärzte und Rechtsanwälte. Aber ich fördere sehr das Handwerk. Denn die Bibel sagt, Gott segnet die Arbeit unserer Hände. Wir haben die besten Baumeister. Ich habe dauernd zehn Baumeister im Einsatz. Wir haben jetzt fünf Headquarters in einer Distanz von 800 Kilometern. Es ist ein Wunder ohne Ende. Und jetzt haben wir schon weit über 400 große Gebäude gebaut. Schulen, Krankenhäuser, Waisenhäuser, sehr viele Ausbildungsstätten. Und natürlich, ich habe weit über 1.000 Hektar Landwirtschaft. Wir haben Tausende von Hühnern, wir haben Kühe, Ziegen, Schafe. Jetzt wollen wir noch eine ganz große Fischzucht anfangen, weil wir auch großen Teil am Viktoriasee gekauft haben Land. Und da dürfen wir Fischzucht machen. Also es ist eine Explosion der Gegenwart und Herrlichkeit Gottes. Ich kann es niemandem erklären. Ich stehe selber genauso staunend daneben wie alle anderen. Wir haben sehr viele Europäer, die wir einladen, um zu kommen, um uns zu besuchen, um ihren Glauben freizusetzen in einen Gott, für den nichts unmöglich ist. Und die kommen und sagen, Maria, was du gebaut hast, sage ich immer, ihr würdet staunen, was hier stehen würde, wenn ich es gebaut hätte. Ich habe keinen Ziegel in der Hand gehabt. Ich gebe nur die Anweisungen, die ich von Gott höre, im Himmel und hole sie auf die Erde. Und meine wunderbaren afrikanischen Mitarbeiter machen das. Wir haben keinen einzigen weißen Baumeister, keinen einzigen weißen Bauarbeiter. Von den über 1.500 Mitarbeitern sind nur noch sieben weiße. Und wir arbeiten uns auch heraus. Ich will ein vollkommen afrikanisches Werk hinterlassen. Und das hat mir natürlich einen Ruf gegeben, was ich selber nicht erkannt habe. Gott hat mich als Segen geschickt. Nicht um in Uganda zu herrschen, sondern um die Menschen zu segnen. Und jetzt habe ich überall den Ruf, wenn alle Weißen so gewesen wären wie die Mama Maria, hätten sie nie Probleme mit uns gehabt. Und dann bin ich hin, der Präsident nennt mich so, die Erzbischöfe, die Vorstände von den Universitäten. Und dann habe ich gesagt, was habt denn ihr? Ich bin doch ganz gleich wie alle anderen Weißen. Sagen sie, nein, Maria, du bist gekommen, uns groß zu machen, uns zu dienen. Die anderen sind gekommen, uns zu beherrschen. Und du machst die Afrikaner groß. Und das spüre ich wirklich stark. Gott hat mir gezeigt, ich muss ihnen helfen zu denken, wie Gott von ihnen denkt. Und da darf ich vielen, vielen helfen, in ein Bewusstsein heraus aus Sklapperei, als würdige Königskinder und Königssöhne und Königstöchter Gottes. Und sie wissen, dass sie wahrscheinlich noch einen Auftrag für die ganze Welt haben, um das Evangelium, um die frohe Botschaft von Jesus Christus an alle Welt zu bringen. Dass er mich nach Afrika schicken wird, das war aber der letzte Wunsch meines Herzens. Denn ich habe mich jahrzehntelang geschämt mit dieser Farbe. Ich wollte nicht einmal auf Urlaub fahren nach Afrika, weil ich wusste, was diese Farbe Leid den Afrikanern verursacht hat. Mit Sklaverei, mit Kolonialisierung. Der weiße Mensch hat den Afrikaner überzeugt, dass das, was wir bringen, besser ist als das, was er hat. Aber ich bin hundertprozentig überzeugt, dass jetzt Afrika der Welt zeigen wird, wie man als Reich Gottesbürger lebt. Weißt du, Afrika hat so viel gelitten, so viel Unrecht, so viel Raub, Ausbeutung, so viel, ja, ich nenne es blanke Verarschung. Aber sie sind nicht bitter geworden, sie sind besser geworden. Ja, ich bin eine sehr dankbare Afrikanerin. Ich weiß, dass Jesus Großes vorhat mit Afrika in der Endzeit für die gesamte Welt. Und ich bin heute an dem Punkt, wo ich weiß, mein alter Mensch ist es nicht, hat es nicht und kann es nicht, was es braucht, sich für Gott zur Verfügung zu stellen. Nicht in meiner Kraft lebe ich, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe mich Gott bedingungslos zur Verfügung gestellt. Aber meine Bitte an ihn ist, dass er seinen Namen groß macht, dass er mich zum Segen für die Menschheit setzt und dass ich Frieden und Freude im Herzen habe. Und ich komme aus dem Staunen jetzt nicht heraus, was Gott vorbereitet hat. Es geht um eine heiße, permanente Liebesbeziehung. Eine Exklusivbeziehung, wie sie nur noch in der Ehe auch bestehen soll. Eine Exklusivbeziehung. So, dass der Herr Jesus in allen deinen Bereichen das Sagen hat, in allen deinen Bereichen wirken darf und dich verwenden darf zu seiner Verherrlichung, zum Segen für die Menschen. Aber auch, dass du Frieden und Freude hast, den die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Und ich garantiere euch, jetzt sind einmal zwei Sachen, die wir absolut ablegen müssen, wenn wir Christus ähnlich werden wollen. Die Liebe zum Geld und die Angst vor dem Sterben. Denn für uns Sterben ist Gewinn. Und unser Gott wird alle unsere Bedürfnisse befriedigen, gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit. Und da müssen wir uns verlassen. Ich stehe auf diesem Wort. Ich sage dauernd, Herr Jesus, das Werk in Uganda ist nicht mein Werk, es ist dein Werk. Wenn du es nicht führst unter deiner Leitung, dann ist dein Ruf am Spiel. Gott führt in einer Weise, wo wir immer nur wieder Danke, Danke, Danke sagen können und staunen. Aber was das Wesentlichste ist, ist, dass wir ein reines Herz bekommen und dass Gott durch unsere Herzen so fließen kann, dass kein Hindernis ist. Selig sind die reinen Herzen Sinn, denn sie werden Gott schauen. Lass den Heiligen Geist dein Herz noch forschen. Was ist für dich noch wichtiger als deine erste Liebe mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der alles gegeben hat und für dich am Kreuz den Tod bezahlt hat, den du und ich nicht leisten konnten, damit wir leben können. Wir sind Erlöste Gottes, aber nicht durch eine Konfession oder irgendwas, sondern nur durch die Person Jesus Christus. Gib dein Leben dem Herrn Jesus und dann bleib dabei. Bleib mit ihm. Nimm ihn überall hin mit. Er möchte nicht, dass wir für ihn arbeiten, sondern er möchte durch uns sein Werk tun. Er möchte durch uns sein Leben manifestieren. Ich garantiere dir, es funktioniert. Es braucht nur ein hartnäckiges bei Jesus bleiben. Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich bin wie Kaugummi, mich wirst du nicht los. Ich bleibe bei dir, ich habe keine andere Chance. Und er hat sehr gelächelt. Er bleibt auch bei mir. Und so wünsche ich jedem, der dieses Video jetzt sieht, einen Durchbruch in eine bedingungslose Liebesbeziehung mit Gott. Wo du betest und sagst, Herr, ich bin es nicht und habe es nicht und kann es nicht in meiner eigenen Kraft. Aber du in mir bist meine Hoffnung auf Herrlichkeit. Ich lade dich ein als meinen einzigen Herrn und Meister. Komm und lebe in mir und durch mich. Du kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Du kannst mich auch auf null reduzieren. Aber verherrliche deinen Namen. Setz mich zum Segen und schenke mir Frieden und Freude, den die Welt nicht geben und ich nehmen kann. Und ich garantiere dir, es fängt ein Leben an für dich, das jeden Tag lebenswert ist. Du wirst jeden Abend sagen können, wow, das war wieder eine Wucht, dieser Tag, den du für mich geplant hast. Ich segne euch mit Freude, Frieden und vor allem Glauben, der sich fest beißt am Wort Gottes und nichts in erschüttern kann von diesem Vertrauen in das Wort Gottes, in die Person Jesus Christus, die allgegenwärtig ist. Dein Leben anzuvertrauen und zu vollenden. Komm und schau, was Gott tut mit Menschen, die wissen, ich bin es nicht, ich habe es nicht, ich kann es nicht. Aber Christus in mir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Shalom. Shalom ethnic Vielen Dank.